Yeah, Leute! Willkommen zurück zu der Evil Within! Ja, wir sind im letzten Part diesem Typ mitkommen mit der Kettensäge und sind aus diesem Spind gekrochen. Und ja, jetzt müssen wir diesem Freak entkommen, aber ich schau mal eben, ob ich eigentlich diese Rahmen wegkriege, weil die stören mich ehrlich gesagt ein bisschen. Der Bildkrönung. Kinoformat deaktiviert. Ach, jetzt sind die weg. Okay, sehr gut. Ja, genau so wollte ich es nämlich. Ja, da ist er, der Freak. Und der ist ganz schön, ja, böse. Ja. Das wird schwierig werden, mein Freund. Ui, ui, scheiße. Kommt er jetzt hinter uns? Oder wo ist der? Ich will ihm nämlich nicht direkt in die Arme laufen, muss ich ehrlich sagen. Ach, da ist er. Scheiße. Oh, oh. Nein! Ja, jetzt habt ihr das auch gesehen. Ja, das ist scheiße. Aber ich schwör's euch, beim ersten Mal durchspielen bin ich da, glaube ich, vier, fünf Mal instant verreckt. Und falls ich mich ein bisschen erkältet anhöre, tut's mir leid. Ja, mich plagt schon seit anderthalb Wochen so ein beschissener Schnupfen. Aber ich muss aufnehmen, weil irgendwie brauche ich Ablenkung, ne? Sehr gut. Da ist er, ja. Und das Humpen macht es auch nicht viel einfacher. Ganz im Gegenteil. Ja, das ist mir schon klar. Nein! Hat der Penner mich jetzt echt gesehen oder was? Nein! 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 Lauf! Lauf! Verdammt! Ja, jetzt wird schon langsam langweilig. Zweimal hintereinander hat er mich jetzt erwischt. Ja, wie ich da lachen kann, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, aber gehört dazu. Ich weiß nämlich nicht einmal genau, wo ich jetzt hin muss. Aber ich schätze mal dahin, wo er die ganze Zeit gestanden hat, ne? So. Und das Humpeln macht es, wie gesagt, nicht viel einfacher. Was randaliert denn der so? Ihm tut doch niemand was, oder? Ich frage mich, wie weit der überhaupt herauskommt. Aber man sieht doch diese Fresse an. Ja, ich glaube nicht, dass der ganz herauskommt. Ja, dreh dich um, du Penner. Ja, genau. Hier sieht er uns nicht. Ähm. Ja, ne, wir meinen... Dreh der jetzt schon wieder durch, oder was? Ja, sieht so aus. Ja, genau. Jetzt habe ich ihn abgelenkt. Sehr gut. Jetzt dürfte ich normalerweise relativ gut hier durchkommen. Ja, sehr gut. Ob mir das jetzt was bringt, kann ich gerade nicht sagen. Aber ich schätze mal schon, weil hierher müssen wir ja. Wo ist denn der jetzt? Sieht der uns jetzt hier irgendwo? Nicht wirklich. Gott sei Dank. Dann gehen wir einfach mal hier entlang. Wow. Ich habe jedes Mal Schiss, wenn ich an diesem Freak vorbei muss. So, wir haben es geschafft. Wir sind so weit, es geht von dem Typen weg. So, jetzt da durch. Äh. Okay, ein Ventilator. Ist ja was zu lesen. Kontrollpunkt. Okay, das heißt im Normalfall nichts Gutes. Aber naja. Gehen wir nochmal durch. Aha, wo sind wir denn jetzt? Ein Haufen Rollstühle. Ja, war ja klar. Uhuhu. Uhuhu. Lauf. Kumpel, lauf. Jawohl, schneller. Zum Fahrstuhlkuppel. Äh. Sebastian, komm schon. Ja, das schaffen wir. Ja. 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 Tja Leute, das war soweit es ging. Das Tutorial oder auch das Intro genannt Von diesem super tollen Spiel Welches ich mit Freude für euch jetzt playe. Das war soweit, das war soweit es ging. Oh. It just turns itself around and around. The night joked tight in the nose. The evil within. Sebastian, beweg dich. Okay, jetzt kann er wieder laufen. Sehr gut. Raus hier. Ach du, meine Fresse. Alles stürzt da hin, oder wie? Ja, super, da geht's nicht lang. Wo denn dann hin? Ach ja, da genau. Detektiv! Rein hier, rein hier! Ach ja, da geht's. Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße! Wir können nicht mehr zurück! Schakelijk! Oh, mein Gott! Oh! Das war's. Scheiße. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten. Die sind wohl alle tot. Alles okay, da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Fallen, fallen! Fallen! Lass dich fallen, fallen, fallen! Ja, ne, Speicher. Genau. Ja, und falls eine kleine Ingame-Soundverzögerung drin ist, das liegt daran, dass macht meine TV-Karte jetzt eigentlich immer wieder. Warum, verstehe ich nicht ganz, aber egal. Jawoll. Und nächstes Kapitel. Okay, wir können uns hier umsehen, aber das sieht irgendwie komisch aus, oder? Eine Krankenschwester? Wer ist denn das hier? Ich habe gerade keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, viel mehr kann ich hier eh nicht machen. Okay, wir können uns jetzt das durchlesen. Sehr cool, was ist das? Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden im Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Ach, das ist was anderes. Ja, Leute, ich muss ganz kurz schneiden, weil ich eben rotzen muss. Ja, Leute, ich kann euch gar nicht oft genug sagen, wie beschissen es ist, wenn man nichts riecht oder wenn die Nase die ganze Zeit rinnt. Oh Mann, wo sind wir hier gelandet? Eine Toilette? Wahrscheinlich, irgendjemand muss ja hier arbeiten, oder? Okay, da ist nichts. Nur Maden oder Käfer oder was auch immer das sein sollen. Sind wir wach? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden sie eigentlich? Nun, sie sind gerade der Einzige hier. What the fuck, wer ist denn das, ey? Wo ist die hier? Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Ja, das speichern wir noch. Ja, überschreiben wir mal. Das wollte ich jetzt zwar eigentlich nicht unbedingt, aber egal. Können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren? Nein. Gut, dann gehen wir mal da durch. Gut, dann gehen wir mal da durch. Vielleicht finden wir da ein paar Antworten. Auf die Fragen, die uns... Auf die Fragen, die uns bevorstehen. Hundert, ja. Was ist denn das? Ja, dann mach mal Henne hier. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Bitte, setzen Sie sich. Was soll das? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein. Stopp! So, sehen Sie, schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie lieber? Ich warte auf Sie. Hey, jetzt sind wir plötzlich wieder in dem... Jetzt sind wir plötzlich in einem Wald? Ja, das frage ich mich auch gerade, ehrlich gesagt. Ach, da ist wieder so eine Essenz, oder? Oder was auch immer das sein soll. Ach, du Scheiße, Leute. Ja, das sieht nicht gut aus für Sebastian. Er kennt sich momentan überhaupt nicht aus. Und ich eigentlich auch nicht. So, dann gehen wir mal nach oben. Sehen tue ich gerade auch herzlich wenig. Äh... Ja, gehen wir mal hier entlang. Ist ja auch wurscht, ne? Eine Blutspur, oder was soll das sein? Und wir hinken auch immer. Ja gut, nach so einem Umfeld ist das ganz normal, ne? Ach, du Kacke, was ist denn hier alles? Steuerungsinformation, greife Gegner oder Gegenstände, bloß ein Händen oder Nahkampfwaffen an. Was ist denn das? Äh! Was ist denn das, ein Hund? Oder was? Sowas auf die Art zumindest, ja. Wie geht? Das fängt ja gut an. Ein Albtraum, wie er im Buche steht. So. Ich hab keine Karte mehr, fällt mir gerade auf. Gut, dann gehen wir mal hier entlang. Immer dem Licht folgen. Wie bei Alan Wake halt. Mehr oder wenige zumindest. Hey! Okay, jetzt haben wir eine Lampe. Ähm. Hier gibt's nichts mehr, okay. Okay. Ach, du Scheiße, der hat dir die Kopf abgebissen. What the fuck? What the fuck? Was? Ich hab doch gedrückt. Ich hab gedrückt, Leute, ich schwör's euch. Ja, in diesem Spiel muss man schon verdammt genau zielen. Jawohl, das war's. Krieg ich was für dich? Nee, leider nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nur noch einen Schuss. Ach, da liegt noch was. Ach, du Scheiße! Da kommt ja noch so einer. Oh mein Gott, Carnelly. Ach, das war der selber? Achso, den hatte ich nicht ganz erledigt. Alles klar. Was ist das hier? Ein Gürtelhalter oder so? Scheiße, ey. Das geht ja schon mal verdammt gut los, oder? Und die Lampe hängt an unseren Gürtel. Ist auch was Cooles. Ja, gut, jetzt haben wir keine Munition mehr. Das heißt, wir gehen einfach mal weiter. Laterne benutzen. Alles klar, so geht's. Alles klar, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Dann geht's entweder da hinten hin. Nein, da steht schon wieder einer. Ich hab keine Waffe. Und das Boxen interessiert mich, ehrlich gesagt, gerade nicht. Aber so wie's aussieht, muss ich boxen. Weil ich hab keine Munition mehr. Tut weh, tut weh. Wow. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus, 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 Krankenhaus. So, die Dinger können... Verdammt nochmal. Die Dinger können wir nämlich entschärfen. So, Falle entschärfen, jawohl. Achso, da muss ich gedrückt halten. Jawohl. Jawohl, Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Ja, wir werden einiges an Waffen hier finden. Es wäre mir aber lieber, ich würde mal für die erste Waffe ein bisschen Munition finden, weil das wäre mal gut, ne? Und ich sehe absolut nichts, oder zumindest sehr wenig, Steuerung und Vorwärts und L1 halten. Okay, wir haben aber fast keine Ausdauer, das heißt, Spritten ist momentan nicht so drin, ne? Im Übrigen, wo bin ich jetzt hier gelandet? Streichholz zu benutzen Steuerungsinformation Nähere dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke Kreis, um ihn zu verbrennen, zu vernichten und zu vernichten. Dieses verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nahe genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegner gibt es noch weitere brennbare Dinge. Alles klar. Ja, dann verbrennen wir den mal. Gut. So richtig altmodisch, wenn ihr mich fragt, aber, ja, eine effektive Tötungsmöglichkeit. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, so richtig krass. Haben wir schon gespeichert. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ja, zuletzt bei dieser einen Krankenschwester. Ach, ich dachte, da liegt was. Verdammt, ich... Verdammt, ich... Ähm... Was ist das hier? Tagebuch von Sebastian Castellanos. November 2004. Endlich habe ich mein Geld, mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das knickt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kannst kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mehr als Streifenkopier möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nichts. Nein, Punkt, Punkt, Punkt. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City, okay, das heißt das K, Crimson City ist mein Zuhause. Und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Jawohl. Sehr gut. Äh, sollen wir da durchgehen, oder was? Ja. Anscheinend. Was? Schon wieder hier? Ja, du sagst, jetzt sind wir schon wieder hier. Ich verliere den Verstand. Nee, du verlierst den Verstand nicht, aber es ist etwas schwer zu erklären. Etwas, ja. Aber Leute, ich muss an dieser Stelle den Cut machen. Wir haben eh schon 26 Minuten, oder knapp 26 Minuten. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, let's play the evil word in. Bis dahin, zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.